willkommen leute zurück zu let's play the javelin im letzten part haben wir den erdstein von felix geholt und unser felix, also der schüler der hat jetzt einen namen bekommen weil der so erfolgreich ist der heißt der heißt ich würde jetzt zum händler gehen ich verkaufe noch zwei schuhe und dann hoffe ich dass ich diesen tag das kapitel beenden kann denn nächste woche geht es also in den ferien weihnachtsferien weihnachten da gehen wir in den urlaub weil naja ne deutschland nicht 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 an weihnachten dafür ist es einfach zu wies also nicht weihnachten ist mies sondern die situation gerade aber jetzt haben wir einen erdstein und wir können damit australwächterin gehen falls wir das sind letzten parten schon mal gemacht haben ich weiß nicht mehr ich habe zeit seit zwei wochen nicht mehr aufgenommen deswegen habe ich immer das ist dieses kapitel heute beenden kann und der hat alle möglichen klumpatsch Prozent nicht abstürzen er ist wird ab in der da er entspürzt sich ja cool juhu so jetzt können wir ins nagerreich gehen und haben wir aber nur aufgaben erdstein halskälte und das da ich habe schon mal ich ja ich gebe zu ich habe in die komplett lösung nachgeschaut um zu sehen wie groß das kapitel ist aber ich habe mich nicht vorgespylert laut dem text haben wir ein drittel zwei drittel geschafft sozusagen er für die Prozent der filios kannst du uns helfen um Rat und Weisheit okay dann gehen wir mal zu nathosch es sei denn die erne die astralwächterin hat bestimmt nichts für uns doch doch so hat man wie kann denn wir können steinklumpen abgeben der Ding wird jetzt nämlich loswerden damit wir in der Platz haben nach der Stelle ist mehr so eine physische Welt glaube ich und da können wir Kisten finden die sieht sehr interessant aus übrigens ich probe der Stadt einer all jene ja und glaube ich einfach unglaublich d ich dachte ich hätte die Skitscheid l ich helfe es ist aber zu bekämen halt aber die ganze Mann wie ich verhoffnungslos hier Kärzl mir zurück zu weit er hat von einer wieder beschafft hat und R R heute wieder aktuellisiert er hat mit der dritte neben des portals bei dieser marken die alle nager mit mit sich führen dafür das haben wir doch schon genug ein ding gut 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 ist ja gar kein problem also die liegen da noch ein paar tote ich glaube ich habe mich allen welcher abgenommen dass mir einfach zu viel wurde die nager die sind schöne gegner in dann schon was gibt es auch nagers nur in übertriebener größeren zahl und die seiner auch nie besser aus das ist es mal wert in wikipedia nachzugucken wie diese für mystische kreatur entstanden ist allgemein für das sicherlich sehr interessant ok wir mal gespannt auf diese sumpf welt natos ich hoffe dies nicht allzu groß denn so wie es anscheinend hat müsste ich nur noch 22 orte betreten hier das und einmal dort hin wo mich die eine frau dahin breite diese astralwächterin wo die mich hinschleppen wird nachdem ich ihre halte halte kette habe aber ich rechne jetzt das ist ein ein irer licht not not zu nicht natos oh hier ist es so komisch gelb es ist ja schwerte elemente braucht ja eigentlich nicht mehr dann können wir halt dieses riesige fette schwert nehmen und feuer brauche ich das noch da Schutz gegen Feuer und Schwert ne 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 ähm wir könnten Feuerbälle benutzen wieder und das ne 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 also Zauberer werde ich diesmal nicht mehr einsetzen in der Feuerwelt war das ganz gut praktisch gebe ich zu jetzt mal speichern wir nochmal dann rüsten wir mal ähm Schatten, Schutz vor Magie, Schutz vor allem Leben was wird das denn kann ich sie jetzt rufen ne ähm Kälte also das ist ein fetter Ball oh man wie habe ich das nochmal alles eingeordnet dann alle heilen Schutz vor allem und ein fetter Wolf ok stirb miaun attacke los zeig was es heißt Krieger zu sein oh ja ouch Felix äh ne Isash Aziz oder irgendwie sowas Iharas aah der schießt jetzt natürlich fettere Zauber da er jetzt mehr bekommen hat durch seinen Stufenaufstieg sag ich mal und das bedeutet wir erleiden mehr Schmerzen wenn der uns trifft da freue ich mich ja schon richtig drauf ah komm ich rette dich ha 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 oh oh uh Felix macht mir Angst ehrlich gesagt oh oh ich rette dich oh wieso ist der so lahm kann mir das immer erklären warum unser Kumpel hier so lahm ist ich meine sieht mal an wie lahm da ist ich jetzt und der erholung angriff oh mein gott plus 10 das ding es ist nur zwei weniger und trotzdem ist der ding so lahm das ist ja unglaublich das ist das das ist not so das ist ziemlich klein meint sie nicht aber jetzt habe ich eine größere Befürchtung wir können hier mehrere Karten gehen oh oh hier sind ja diese Aasfresser also kommen sie von dieser Welt ah mein Freund macht mir Angst hier ist ihre Brutstation interessant ja die Viecher retten wir doch natürlich äh oder nicht ja komm ist gut ok dann rennen wir alle halt so hoch ja die müssen wir nicht unbedingt bekämpfen ich meine was haben die denn drauf aber da oben ist ja noch mehr aha feuer feuer und noch mehr die nagel sind ziemlich ekelhaft ich mag es nicht wenn Menschen Eier legen oder Menschen ähnliche Wesen das ist ein bisschen gruselig finde ich okay wir können da hoch und dann die Welt ist ziemlich klein oder nicht also das Ding habe ich ja weniger als 20 Minuten durch oder vielleicht exakt 20 Minuten wenn ich mir richtig Zeit lasse burn 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 lass mich in Ruhe du nager reptil rotes grünschlange Ding ich habe vergessen wie der Felik macht mir immer so viel Angst der ist ja gefährlicher als ein Gegner ja jetzt kann er für dich natürlich schießen und Attacke hier liegt der Dings Kühner du kannst was machen da oben nochmal zur Info die Welt ist ziemlich winzig ich glaube nicht dass man hier rauskommt moi moi was geht ab na schön heute gefeuert na ne ne der war schlecht kein kommentar halbwegs schlechten Witzen ne also nach rechts kann man nicht oh mann die Welt war richtig richtig witzig also man dürfte es ja kein Problem sein uh Merseburg erst mal ein bisschen Feuer bisschen Feuer bisschen Feuer 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 ah Autsch der Merseburg ist tödlich ah wir haben na ich will ich zuerst keinen anderen Zauber hinzufügen ah ich könnte ja einen Wolf benutzen aber hier gedeck mit lösen löschen ist eigentlich auch kein Zauber für mich den kann man wirklich nur einsetzen wenn man Zauberer ist ansonsten ist das Ding witzlos komm und tot die Dinger weiß sind eigentlich ziemlich hart diese Merseburgs merke ich grad sterben aber auch schnell oh komm oh was ist das denn noch ein Ehrlich oh ich hab so Angst Hilfe naja darum ist doch so ein Vieh der es uns aus irgendwelchen Gründen gesehen hat was war das grad für ein Geräusch ein Feuerball war das jetzt grad mein Feuerball ist der Feuerball gerade hier so drum geflogen das ist ja crazy ja zum Leib ich diesmal speichere ich will nicht dass das Spiel abstürzt und die ho 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 und noch nager ach ist der Kühner ich merk schon ich hätte den Dinadon behalten sollen und nicht Kühner aber Kühner kann halt mehr Ausrüstung nehmen und den haben wir sowieso die ganze Zeit dabei also warum nicht der ist mein Ersatz Kundschafter sagen wir mal und tot naja was für ne Welt ich meine äh furchtbar bei den letzten paar Tagen wir übrigens die Königen verschwinden sehen glaube ich oder war das vorletzten paar ich weiß nicht ich hatte ja Theorie gestellt dass die Verräterin ist ich glaub das irgendwie auch ich meine hier sind ja so viele Verräter ähm wo jetzt ich hab doch hier alles erkundet oder kann ich irgendwo nach links gehen hab ich irgendwo ne Truhe verpasst oder sowas laut der Komplettlösung die ich mir nur so halbwegs durchflogen habe aber ich weiß nicht was passiert aber das Ding sollte in der Truhe sein ich meine ich komm ähm ich kann da nicht nach rechts und links oder hab ich hier irgendwas übersehen oder hab ich hier irgendwas übersehen ignoriert die einfach ignorieren also irgendwas muss hier sein ne auch nicht hier sind nur ein paar feurige Tote ähm na ich red halt so komisch wirre oder wir können da unten raus zumindest sieht das so aus aber hier ist auch noch was ähm die Tür kann ich nicht kaputt machen okay und was ist hiermit ah da ist doch ne Truhe aha oh Ring der tausend klingen ähm stechen schneiden was bedeutet denn das Minus Minus dieses Ring ist mit dem Schrappell Spruch belegt okay Zauberschriftrolle obwohl diese Schriftrolle fast gänzlich in einer fremden Sprache verfasst ist ähm kann dennoch das universelle mystische Symbol für Abwehr ausmachen soll jemand damit machen das können wir nirgendwo anlegen ähm tauschen wir mal das durch das Buch ist jetzt das da verstärkt ah ne warte mal äh Schrapnell ne ja da haben wir jetzt so nen Zauber ähm ne das Ding verkauf ich glaube ich war in der nächst besten Gelegenheit das kann ich nicht anlegen kann ich in Erdstein was machen ne da fehlt doch noch was die Frage ist was mach ich denn jetzt ich seh ja bestimmt ist sie so ne Kiste irgendwo hinten irgendwo hinten dran geklatscht wo man sie nicht sieht kann die mir durchaus vorstellen aber die will ja das wie ne Halsimulett holen ne ähm komm hier du holst es mal im großen wort ach das kann ich sowieso nicht ähm du röstest mal alle heilen das ist irgendwann muss ich irgendwas mit den Irrlichtern hier machen die da rumfliegen vielleicht folge ich das mal vielleicht bringt das mich irgendwo hin obwohl ich das nicht glaube äh hallo ähm ja und nun ich sehe keinen Weg ich meine ich habe jetzt alles aufgeräumt die ganze Welt ist platt bis natürlich auf diese Viecher aber damit kann ich auch irgendwie nichts machen ich habe auch nicht jede Leiche jetzt gerade durchsucht weil ich nehme an das sind alles Nager ähm ähm ja ohne Amulett kann ich doch nicht zurückgehen Brutmarke ja na 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 Tosch Nager äh Nager ähm ich fang aus ich fang aus ich fang aus ich habe es gesehen ein Irrlicht toll ähm Nager Häuptling ah ein Häuptling das ist er ja komm die sehen auch alle gleich aus als würde ich als würde ich mal das extra durchschließen was für ein Gegner da das das ist also der Häuptling war aha als Kessel der Astralwächterin geht doch ah ja ich bin doch ein schlauer Fuchs kaum zu glauben war mehr oder weniger na ja uuuh du 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 na ja gut das war jetzt halb zu wild ehrlich gesagt nicht wirklich äh schweres Gebiet dann haben wir das Kapitel wirklich fast beendet auf jeden Fall ok rennen wir erstmal zur Astralwächterin zurück Caesar open you Caesar open you ach dann dann gehe ich halt einen längeren Weg nur wenn das so sein muss warum nicht ich meine wir haben Zeit ich meine ich muss ja nur in zwei Stunden alles hochgeladen also alles gemacht haben da ich erstmal ein Weihnachtsspecial vorbereiten muss sozusagen und ja oder zumindest ich will was ausprobieren und einen also ein Spielchen was wahrscheinlich viele kennen oder auch nicht je nachdem ich weiß nicht auf jeden Fall ähm ich will heute alles fertig haben damit ich die nächste Woche alles hochladen kann und dann Urlaub gehen kann tun müssen wo ist die Astralwächterin 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 Aena hieß sie glaube ich